Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das hier ist unser My Junior Kinderwagen. Und ich wurde schon öfters gefragt, ob ich euch den mal zeigen kann, wie er funktioniert und ob ich auch ein Fazit über den Kinderwagen geben kann. Und ja, das kann ich bereits. Ich wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß beim Video und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Ja, ich hoffe, euch stört der Motor oder Federwege nicht. Die kleine schlägt natürlich gerade. Und ja, das hier ist erstmal so der Kinderwagen. Hier unten steht der Sport, den zeige ich euch aber auch natürlich noch. Das ist erstmal so der Kinderwagen, wie wir ihn gerade benutzen. Ich habe ihn auch nicht irgendwie aufgehübscht oder aufgemotzt oder so, sondern wirklich genau so, wie wir ihn gerade benutzen. Wir haben hier auch noch den Fußtag drin und so. Also alles ganz, ganz original hier. Und genau, das ist also der Kinderwagen mit der Babywanne. Und wir haben hier also das Gestell. Das ist hier in schwarz. Und erstmal kann ich euch erzählen, was ist das überhaupt für ein Modell. Das ist der My Junior Vita Unique, glaube ich, heißt der. Und ich kann euch das auch nochmal zeigen. Und zwar gibt es einmal den Vita. Bei My Junior. Das ist dieser hier, der Vita. Und das ist der Vita Unique. Und wir haben eben diesen Vita Unique. Und genau, der steht jetzt eben hier. So, fangen wir also an mit der Babywanne, die ihr hier gerade seht. Die ist eben auch komplett schwarz und hat hier, was ich total toll finde an dem Wagen, deswegen habe ich ihn mir auch ausgesucht, einen goldenen Reißverschluss. Und ich finde, das macht einiges her. Also der Wagen ist eben komplett schwarz, hat aber hier eben diesen goldenen Reißverschluss. Und auch hier so kleine goldene Akzente. Finde ich einfach wirklich genial. Und es sieht einfach total edel aus, muss ich wirklich sagen. Den Vita Unique gibt es natürlich in ganz verschiedenen Designs. Auch mit Leder, komplett in schwarz, aber auch in anderen Farben. Also ich verlinke euch einfach mal My Junior unten in der Infobox. Dann könnt ihr euch mal durchklicken und euch den perfekten Kinderwagen raussuchen. Also bei My Junior ist es auch so, dass ihr in diesem Set auch eine Babyschale dazu bekommen könnt. Also so ein Maxi-Cosi sozusagen. Und dann habt ihr eigentlich komplett ausgesorgt. Also ihr habt dann wirklich die Babyschale, die Babywanne, den Sport-Sitz und eine Babyschale dabei. Das heißt, ihr habt eigentlich alles für euer Kind in einem Paket. Und das finde ich wirklich auch sehr genial. Das bieten nicht viele Kinderwagenhersteller an, so ein ganzes Set. Und da braucht man sich einfach darum nicht mehr kümmern. Gut, jetzt fangen wir aber wirklich an mit dieser Babywanne. So, die Babywanne könnt ihr ganz einfach abklicken vom Gestell. Und zwar habt ihr hier unten so einen Griff. Die drückt ihr beide rein und dann könnt ihr die ganze Wanne so hochheben. Und ganz einfach abmontieren. So, und wenn wir die abmontiert haben, würde ich sagen, machen wir direkt mit dem Gestell weiter. Erstmal habe ich hier unten im Korb, in dem Einkaufskorb, noch unsere Babyschalen-Adapter. Und da, die gibt es auch bei MyJunior. Und wenn ihr die Babyschale eben bestellt, gibt es die sowohl dazu. Und da passt sowohl die Babyschale von MyJunior rauf, als auch Cybex, Kitty und Maxi-Cosie. Genau, das heißt, wenn ihr eine Maxi-Cosie habt, dann könnt ihr auch diese Adapter dazu bestellen. Die könnt ihr hier einfach einklicken. Und dann habt ihr dieses Treble-System, wo ihr einfach hier die Babyschale draufklicken könnt. Genau, zum Abmontieren gibt es hier so einen kleinen Nupsi. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Auf jeden Fall ist hier eben so ein kleiner Griff. Da könnt ihr euren Finger reinstecken und dann könnt ihr die einfach so abnehmen. Die sind, wie gesagt, immer dabei. Hier unten in dem Einkaufskorb. Und dieser Einkaufskorb hat sogar so eine Abdeckung. Das heißt, wenn es regnet oder so, kommt da gar nichts rein, sondern euer Einkauf ist geschützt. Und ich finde, der hat auch eine ordentliche Größe. Dann geht es natürlich weiter. Wir haben hier den Schieber. Den kann man natürlich verstellen in verschiedene Positionen. Da drückt man einfach hier rechts und links. Und dann kann man den einfach in die Position wählen. Wir haben hier ein richtig schönes Leder dran. So ein Kunstleder. Finde ich auch sehr angenehm beim Schieben. Dann fragen bestimmt viele, was sind das hier für Nupsis hier. Hier so dran. Hier sind so kleine Nupsis. Bei My Junior ist auch immer eine Wickeltasche oder ein Wickelrucksack dabei. Diese hier ist jetzt noch original verpackt. Deswegen kann ich da kein Fazit zugeben. Aber diese Babyschale ist eben im gleichen Design. Und kann man hier eben an diese kleinen Haken befestigen. Das ist ziemlich praktisch, weil dann habt ihr sie nicht hier unten irgendwo hängen. Sondern ihr habt sie wirklich oben ganz nah bei euch dran. Und braucht da nicht extra irgendwelche Haken zu kaufen. Ja, dann wie klappen wir das ganze Gestell denn zusammen? Das fragen natürlich auch viele. Erstmal gibt es hier eine kleine Sicherung. Das ist hier so ein roter Knopf. Damit die Kinder nicht einfach die Kinderwagen zusammenklappen, sondern dass man hier eben auf den roten Knopf drückt. Und dann haben wir hier diese Teile. Die ziehen wir nach oben und dann klappt der ganze Kinderwagen schon ganz einfach zusammen. So, tragen könnt ihr das Gestell hier an diesem Haken. Also hier ist extra so eine kleine Lasche. Da könnt ihr mit der Hand rein und dann könnt ihr den so hier in die Hand nehmen. Schwer ist er nicht. Also er ist schon etwas schwerer. Aber er ist auch nicht der schwerste Kinderwagen, muss ich ganz einfach sagen. Aber auch nicht der leichteste. Und genau, ihr habt hier also extra so einen Haken, wo ihr den einfach so tragen könnt. Super praktisch finde ich. Haben auch nicht viele Wagen. Und was mir auch aufgefallen ist, er ist wirklich sehr, sehr klein zusammenklappbar. Also wenn ihr so guckt, ne, ist wirklich sehr, sehr klein zusammenfaltbar. Und braucht dementsprechend auch keinen großen Kofferraum. So, zum Aufklappen müssen wir hier einmal die Gepäcksicherung lösen. Das ist extra so fest, damit der halt nicht einfach, wenn man ihn hochhebt, einfach auseinanderklappt. Sondern dass hier einfach fest ist. Und dann ziehen wir den einfach nach oben. Und dann steht er wieder, sag ich mal. So, und dann geht es natürlich noch um die Reifen. Also die Reifen bei MyJunior sind wirklich sehr, sehr groß. Also wir haben hinten sehr, sehr große Reifen. Das sind Luftreifen. Das heißt, ihr könnt sie aufpumpen. Das ist natürlich besser für die Federung. Da vorne sind die Reifen nur minimal kleiner als die hinteren Reifen. Und sind aber trotzdem schwenkbar. Das heißt, ihr könnt sie feststellen. Ja, feststellen tut ihr sie hier vorne an so einem kleinen Lupsi. Den könnt ihr entweder hochdrücken oder runterdrücken. Dann sind die eben festgestellt oder locker. Und genau, durch die großen Reifen vorne seid ihr erstmal super im Gelände. Und zweitens seid ihr auch durch die schwenkbaren Reifen einfach super in der Stadt unterwegs. Also das finde ich wirklich bei dem Kinderwagen mega. Weil ja, man ist eben super auf dem Gelände. Aber auch sehr, sehr beweglich oder wendbar in der Stadt. Das ist oft auch ein Problem bei so großen Kinderwagen. Dann, genau, was ist eigentlich zu den Reifen? Und dann haben wir hier noch die Bremse. Die ist hier in der Mitte. Die drücken wir einfach runter. Dann steht der Wagen auch fest. Und ihr könnt auch hier noch die Federung einstellen. Ich habe den Kinderwagen ausgepackt. Und habe mir erstmal so gedacht, oh, was ist das denn für eine Federung? So, und dann habe ich mir den Kinderwagen nochmal ganz genau angeguckt. Und dann ist mir aufgefallen, dass man hier diese Feder einstellen kann. Und zwar war sie, als sie angekommen ist, bei mir auf rot. Hier ploppt dann so ein rotes Lichtchen auf beiden Seiten. Und dann ist die wirklich, ist der Kinderwagen wirklich hart. Ne, also er hat wirklich fast gar nichts an Federung. Er hat nur die Federung hier unten an der Achse. Aber hier oben, wie gesagt, gar nicht. So, und da habe ich gedacht, was ist das denn für eine scheiß Federung? Und dann habe ich überlegt, vielleicht kann man den ja auch reindrücken, dass ein grünes Licht erscheint. Und tada, wenn man hier die Feder einstellt und das grüne Licht erscheint, dann haben wir die Federung, von der immer alle Mai-Junior-Besitzer schwärmen. Nämlich diese hier. Also, ich glaube, ihr seht das. Der Kinderwagen federt wirklich richtig gut. Der muss natürlich noch ein bisschen Gewicht drauf und dann sieht man das ein bisschen besser. Aber hier federt er nun wirklich komplett. Wir haben hier also eine ganz große Feder drinne. Und im Gelände, er ist wirklich ein Traum. Also wirklich, kann ich wirklich nur sagen. Und dass man hier die Feder eben einstellen kann, ist auch gar nicht so schlecht. Wenn man zum Beispiel einfach mal gar keine Feder braucht, dann kann man das einfach wieder einstellen. Das ist wirklich genial. Und wie gesagt, hier unten in der Achse hat man auch nochmal eine kleine Federung. Und dadurch ist der Kinderwagen eigentlich komplett rundum gefedert, sage ich mal. Und sowohl im Gelände als auch in der Stadt echt. So, ich glaube, so ist eine ganz gute Position für euch. So könnt ihr die Wanne perfekt sehen. Sie sitzt jetzt also auf dem Gestell drauf. Und jetzt können wir auch die Federung einfach ein bisschen besser zeigen. Ich glaube, ihr seht das. Das ist einfach richtig, richtig toll. Also das Kind wird da richtig gut durchgefedert. Und jetzt kommen wir natürlich zur Babywanne. Die Babywanne könnt ihr entweder so zu euch gerichtet, aber auch andersrum montieren. Das ist ganz euch überlassen. Dann haben wir natürlich ein Verdeckt. Da gibt es hier am Rand rechts und links einmal zwei Knöpfe. Dann könnt ihr das auch nach unten machen oder eben wieder nach oben. Wir haben hier auch einen Tragegriff, damit man den eben tragen kann. Das kleine Sonnensegel kann man auch nach innen klappen oder auch wieder rausklappen. Dann haben wir hier hinten, das findet meine Tochter total toll, einen kleinen Reißverschluss auf der anderen Seite. Hier, das könnt ihr aufmachen. Zack. Und dann könnt ihr das hier runterklappen. Und dann habt ihr hier ein kleines Lüftungsfenster, beziehungsweise auch Guckfenster. Also meine Tochter liegt immer auf dem Bauch in der Wanne und dann kann sie hier perfekt rausgucken. Findet sie total toll. Aber eben auch zur Luftzirkulation wirklich genial. Könnt ihr auch ganz leicht wieder hochklappen. Und mit dem Reißverschluss natürlich auch wieder in Gold wieder schließen. So, das einmal zum Verdeck. Dann haben wir natürlich noch die Winddecke. Auch die hat einen goldenen Reißverschluss. Die könnt ihr entweder komplett abnehmen oder halt nur seitlich öffnen. Oder halt wieder schließen. Und dann haben wir hier noch einen kleinen Windschutz. Den seht ihr, glaube ich, hier. Und den kann man entweder mit Magneten so als Dreieck bilden, so dass er eben so einen kleinen Windschutz nur gibt. Oder ihr könnt ihn aber auch ganz nach oben klappen. Und so hat den einfach ein bisschen mehr Windschutz. Und das Kind bekommt noch genug Luft hier oben, aber es ist wirklich vor Wind geschützt. Oder eben, ihr macht das einfach hier runter. Das ist, wie gesagt, mit Magnet befestigt. So, den ganzen Bezug in der Wanne könnt ihr auch ganz einfach mit einem Reißverschluss lösen. Da ist hier an der Seite ein Reißverschluss. Dann könnt ihr den ganzen Bezug lösen und auch waschen. Das finde ich auch wirklich total gut bei einem Spuckbaby. Und genau, das ist eigentlich so zur Wanne. Die Wanne hat auch in der Wanne eine kleine Sitzposition. Das habe ich euch ja gerade schon erzählt, dass meine Tochter das so genial findet. Und zwar haben wir, wie gesagt, hier noch den Fußtag drin. Aber wir haben hier halt hinten auch eine kleine Sitzposition drin, wie ihr seht. Und da können die Kinder dann, wenn es einfach zu langweilig wird im Liegen, können sie dann einfach sitzen. Oder wie meine Tochter auf dem Bauch liegen. Und dann könnt ihr eben aus dem Fenster schauen. Genau, so, das ist jetzt erstmal zur Wanne vom Mai Junior. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Sportsitz. Und dann nehmen wir uns den Sportsitz. Der ist natürlich im Lieferaufgang enthalten. Und den klicke ich auch ganz einfach hier wieder drauf. Und dann sieht das Ganze so aus. Wie ein ganz normaler Buggy eben. Auch den könnt ihr zu euch oder abgewendet zu euch montieren. Das ist absolut kein Problem. Alles möglich. Und was hier wirklich direkt auffällt, er hat ein unglaublich langes Sonnendach. Denn ihr könnt das wirklich hier einmal so komplett nach vorne machen. Das ist ja schon mal echt extrem groß. Und dann, Leute, ihr glaubt es nicht. Aber wir haben hier wieder einen goldenen Reißverschluss. Und ihr könnt das ganze Dach nochmal erweitern. Und zwar so weit. Schaut doch mal bitte, meine Lieben. Selbst der Griff hier, wo sich die Kinder festhalten können, ist sogar bedeckt. Also, ich bin wirklich total begeistert. Und genau, das ist wirklich für Sommer und so, für Sonne und so perfekt. Für Wind aber auch. Und genau, das ist schon mal ein großer Faktor, den ich an dem Mai Junior total liebe. Den Sport, das nutzen wir natürlich noch nicht, aber ich zeige ihn euch natürlich trotzdem. So, wir haben hier natürlich auch wieder so eine kleine Sonnengelände. Was wir hier auch direkt haben, ist direkt eine Sitzeinlage, eine Sitzeauflage. Die könnt ihr natürlich auch rausnehmen und waschen. Und dahinter ist der Mai Junior einfach komplett schwarz. Aber so eine Sitzeauflage ist natürlich immer ganz praktisch, wenn die Kinder schwitzen oder so. Und wir haben hier natürlich auch einen Spielbügel, nenne ich das Ganze immer. Oder Sicherungsbügel, ich weiß nicht, wie nennt man das hier. Den könnt ihr auf jeden Fall komplett einmal rumdrehen. Der ist hier wirklich komplett beweglich. Also ihr braucht nicht beide Seiten abmachen, sondern eine Seite reichen. Dann kann das Kind aussteigen, aber der kann auch eben so nach unten fallen, falls ihn man nicht braucht. Das stört er auch nicht oder so. Das finde ich auch immer sehr wichtig bei so Kinderwagen. Ich werde es einmal wieder reinklicken hier. Hier unten ist, genau, der Nupsi dafür ist eben hier unten. Drückt ihr einfach rauf und dann ist der lösbar. So, dann haben wir natürlich noch eine Fußstütze. Die könnt ihr hier rechts und links an der Seite einmal nach unten verstellen. Wir haben aber auch hier unten noch so ein kleines Trittbrett. So, und dann geht sie eben in dieser Position oder in dieser Position. Also drei Positionen hat die. Und die Sitzauplage geht da auch mit. Die hat hier nämlich schon einen kleinen Knick und dann bewegt sie sich auch je nachdem mit. Genau. So, dann haben wir natürlich auch noch eine Liegeposition. Die ist auch ganz einfach hier hinten am Sitz einzustellen, sag ich mal. Und, genau, dann könnt ihr das einfach so runter machen. Dann habt ihr die Liegeposition für euer Kind. Und auch da ist natürlich das Verdeck auch echt total riesig. Also wenn ihr schaut, so weit geht dann das Verdeck und das ist wirklich total genial. So, dann haben wir hier auch wieder diese Position, diese Position und die ganz sitzende Position. Also sogar vier Positionen. Und dann sitzt der Skid eben komplett wieder. Genau. Das Verdeck könnt ihr natürlich auch wieder einfahren. Einfach mit dem Reißverschluss. Und dann ist es eben nur so groß. Aber auch das reicht, finde ich, total aus. So, man hat hier eben noch diese kleine Blende. So, wir haben hier natürlich einen Fünfpunktgurt mit zusätzlichen Gurtpolstern, damit die nicht einschneiden beim Kind. Und den Gurt können wir einfach ganz normal hier öffnen und auch wieder reinklicken. Also es ist ein Fünfpunktgurt. Das finde ich immer ganz wichtig, dass der Schritt, die Hüfte, aber auch die Schultern, alles gesichert ist, sag ich mal. Wir können hier aber auch die Schultergurte abmontieren. Dann hat man nur noch sozusagen ein Beckengurt. Das finden manche Kinder nämlich ganz toll. Und so kann man es eben dem Kind ganz genau anpassen. Und dann hat man entweder einen Drei- oder einen Fünfpunktgurt. Auch sehr schön. Ja, ich zeige euch jetzt noch einmal, wie man das Ganze umdreht. Oder wie das Ganze aussieht, wenn man es umdreht. Und zwar einfach wieder rausklicken hier. Und andersrum wieder rein. Zack. Und dann sieht das Ganze so aus. Dann guckt das Kind zu euch. Und ihr habt die komplette Kontrolle. Und dann, genau. Sieht das Ganze wie gesagt so aus. Ja, was ich jetzt noch sagen kann zu dem My Junior ist, dass ich wirklich auch begeistert bin von der Höhe der ganzen Einheiten. Also sowohl die Wanne als auch der Sportsitz sind sehr, sehr hoch angebracht, sodass man sich als Eltern nicht so tief bücken muss. Aber die Kinder auch ziemlich weit oben sitzen eben. Das finde ich bei Kinderwagen immer ganz, ganz toll. Das ist zum Beispiel bei Bukabu, da sitzen die Kinder sehr, sehr tief. Und hier eben sehr, sehr weit oben. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Und das ist einfach nochmal so ein positives Feedback, was ich geben wollte zu dem Kinderwagen. So, er ist die kleine kurz wach geworden. Jetzt musste ich die Federwege einmal ein bisschen schneller machen. Aber ich hoffe, das stört euch nicht, das Geräusch. Ihr seid nämlich direkt davor, sozusagen. Ja, aber ganz, ganz schnell jetzt noch kurz das Fazit von mir. Also der Kindermann steht jetzt hier hinter uns. Hier einmal die Wanne und auch die Sitzeinheit, sozusagen. Wir können natürlich erstmal nur ein Fazit über die Wanne geben. Wir benutzen den jetzt vier Monate und testen ihn halt immer noch ausgiebig. Wirklich vom Gestell und von der Wanne bin ich sehr überzeugt. Aber wie gesagt, den Sportsitz, den muss ich einfach noch ganz, ganz intensiv testen. Was bei MyUnior jetzt so noch an Service da ist, finde ich auch ganz, ganz mega. Und zwar wird der Kinderwagen innerhalb von 72 Stunden repariert. Falls ihr einen Mängel an ihm aufweist, dann wird er einfach zurückgeschickt und wird innerhalb von 72 Stunden repariert. Was ganz, ganz wichtig ist, weil ich glaube, jeder weiß, wie blöd es ohne Kinderwagen ist. Oder wenn man halt einen Kinderwagen hat, dann weiß man, oder ihn halt benötigt, dann weiß man einfach, wie schwer es ist ohne Kinderwagen. Dann finde ich auch ganz, ganz wichtig oder auch ganz oft ein Problem. Kinderwagen werden in riesengroßen Kartons verschickt. Und ich glaube, das kennt jeder, wenn ihr so einen Kinderwagen, ja, nach Hause bekommt, dann habt ihr einfach einen riesengroßen Karton. Und ich frage mich immer, was ist das für eine Umweltbelastung, dieser große Karton oder dieser Haufen von Müll sozusagen. Und bei MyUnior ist es so, die arbeiten mit recyceltem Karton. Also der Karton ist eben recycelt und das gibt mir einfach ein besseres Gefühl, wenn ich da einkaufen gehe, sage ich mal, dass der eben recycelt ist und dass es eben ein bisschen besser ist für die Umwelt. Genau, also das ist so erstmal das grobe Fazit zu meinem MyUnior. Ich bin wirklich sehr überzeugt. Also ich habe euch jetzt so nebenbei so ein paar Sachen erzählt, die ich wirklich total toll finde und die mich auch einfach begeistern lassen an diesem Kinderwagen. Ich finde, der Kinderwagen ist auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr, sehr gut. Er ist relativ günstig dafür. Also wenn man halt so die normalen Kinderwagenpreise so vergleicht, ist der wirklich in dem eher günstigeren Bereich oder eher mittelmäßigeren Bereich auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich total top, weil ihr wie gesagt auch die Babyschale dazu bestellen könnt und dann ein Rundum-Sorglos-Paket habt. Ihr habt hier die Sporteinheit, den könnt ihr locker bis drei Jahre benutzen als Buggy und hier eben die Babyschale, die ihr auch stimmt, bis zum 8., 9., 10. Monat benutzen könnt, weil die Wanne auch sehr, sehr lang ist und sehr, sehr breit. Also es ist nicht so eine kleine Wanne, sondern eine sehr, sehr große Wanne und ihr könnt den Kinderwagen wirklich im Allgemeinen sehr, sehr lange benutzen, weil er auch einfach auch nicht so viel Platz im Auto wegnimmt. Also so ein kleiner Buggy nimmt natürlich weniger Platz weg, aber auch dieser Sportsitz hier ist halt einfach auch sehr, sehr sparsam im Platz, sage ich mal. Also ich bin wirklich bis jetzt total überzeugt. Wir werden natürlich noch den Sportsitz ausgiebig testen und euch dann auch nochmal ein Video geben und unser Fazit nochmal nennen. Aber erstmal so zur Wanne, wie gesagt, wir sind total begeistert und würden den auf jeden Fall immer wieder nehmen und ich kann ihn wirklich auch nur wärmstens empfehlen. Bei Kinderwagen achte ich wirklich ganz genau drauf, was ich so erzähle und was ich empfehle, weil ich Kinderwagen einfach total gerne teste und da auch wirklich meine ehrliche Meinung abgebe, weil ein Kinderwagen ist einfach erstens eine teure Anschaffung und zweitens auch etwas, was einen eben bis zu drei Jahre begleitet mit dem Baby eben und da finde ich wirklich, der Kinderwagen sollte wirklich top sein. Und deswegen empfehle ich euch hier auch wirklich nicht einen Kinderwagen, mit dem ihr total unzufrieden sein werdet oder wehrt, sondern wirklich einen Kinderwagen, mit dem ihr wirklich sehr, sehr glückliche Momente habt. So, das wollte ich jetzt einmal kurz dazu sagen, bevor hier wieder irgendjemand denkt, ich werde bezahlt oder so, sondern wirklich, das ist meine ehrliche Meinung und ich würde euch keinen Kinderwagen empfehlen, den ich einfach nicht selber benutzen würde. Genau, so, das war es jetzt einmal zu dem Kinderwagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ihr könnt ja gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben zu dem Kinderwagen, falls ihr ihn auch habt. Dann können die Zuschauer gerne nochmal in die Kommentare gucken und nochmal andere Meinungen kennenlernen oder lesen und sich dann auch gerne einen bestellen. So, ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüssi! Bis zum nächsten Mal.